so und wir sind wieder verteidiger und noch was wenn ihr unten springt keine angst ihr verliert zu leben aber voila wieder voll so wir müssen jetzt ich glaube sechs minuten durchhalten so ich mache vorher noch totems so und sie gehen grün und der geht auf grün und er geht doch blau und doch grün man entscheide ich ja grün das heißt hier auf ein Tor ich glaube dass sie durchbrechen und gehen mal auf lila die Opel sind noch drei und das werden sie sich eh nicht machen so ich hoffe sie werden geslot ah nein ist ja klar mich wundert sie nicht der hat uh der Hälfte das ist nicht gut jetzt müssen sie auf Gold verlagern weil sonst können wir gleich los ja sonst haben wir gleich los ja na was machen die da vorne ja das ist halt nicht gut ja also wie man so fail spielen kann das weiß ich nicht ja ja ist klar jeder schiebt's auf den anderen das wird dann los ja bis zum nächsten paar tschau